Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem schnellen Vorunboxing hier, das ist jetzt quarte ewig und jetzt kommt auf einmal alles mit mal. Da jetzt morgen Weihnachten ist, die sind hier zuerst, wird es nur ein Vorunboxing geben, was da auf euch zukommt. Das natürlich nicht, aber hier sind zwei Sachen drin, die kommen definitiv auf euch zu. Das sind USB-Port 2.0. Hier auch für Mac, also für Windows jetzt auch, aber ist halt für Mac. Ist hier ins offen. Ins ist so ja offen, das kann ich euch so ja zeigen kurz. Und das wird auch noch ein richtiges Unboxing. Hier seht ihr das, wie schon mal dieses andere mit dem Kartenleser, was ich euch gezeigt habe. Das eine hat USB, das andere hat nicht USB. Da wurde gefragt, ob ich die euch mal vorstellen möchte. Und ich habe gesagt, ja, klar, gerne. Weil ich mit dem anderen ja schon sehr zufrieden war, was ich mir da geholt hatte, was ihr bei Odin Shop gesehen habt, also Odin war einkaufen. Deswegen habe ich halt dieses hier. Jetzt muss ich nur noch dafür mir was einfallen lassen, dass man das nicht so genau sieht, weil das muss ich ja noch wegbringen heute. So, da muss ich mir jetzt jedenfalls auf jeden Fall gleich was einfallen lassen. Räumen wir das schon mal weg. Aber wisst ihr schon, was denn halt da drin ist, was auf euch zukommt. Ich werde auch gleich noch ein Vor-Unboxing zu dem Paket von Dampfplanet machen. Das habe ich jetzt heute auch bekommen. Ich habe mir ja nur Dampfplanet. So. Ja, das wird auch noch machen. Das werde ich hier noch nicht machen. Da kommt dann später ein Unboxing, ein Vor-Unboxing oder ein Komplettet-Unboxing. Da ist ein Tank drin, das weiß ich, auf den ich schon sehr gespannt bin, der auch mit Keramikölz ausgestattet ist. Ich bin jetzt hier erstmal raus. Vor-Unboxing ist da. Ihr wisst, nach den Feiertagen geht es, wie ihr gesehen habt, gleich flüssig weiter. Gebt mir aber nach den Feiertagen erstmal ein bisschen Zeit, weil nach den Feiertagen fange ich erstmal an zu arbeiten. Und die Videos, die ich jetzt mache, werde ich auch erst nach den Feiertagen oder vielleicht zwischendurch gucken, schnell mal bearbeiten und hochladen, dass ihr wisst, nach den Feiertagen jetzt weiter. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.